Wir befinden uns vor der Blutspendezentrale Wien, Niederösterreich und dem Burgenland. Ich arbeite hier als medizinische Hilfskraft und heute dürft ihr mir ein wenig bei meiner Arbeit über die Schulter schauen. Das ist der Empfangsbereich der Blutspendezentrale. Hier werden die Spender begrüßt und füllen hier den medizinischen Fragebogen aus. Meine Aufgabe ist es, den Spender hier zu begrüßen, ihm Getränke anzubieten und ihm eventuell beim Ausfüllen des Fragebogens zu helfen. Anschließend wird der Blutdruck gemessen. Nach der Testung begleite ich den Spender in den Abnahmeraum zur Blutspende. Hier ist meine Tätigkeit die Vorbereitung der Blutkonserve, die Beklebung der Röhrchen mit den Chargenguts und natürlich auch die Unterhaltung des Spenders. Das Schöne an meinem Job ist der Umgang mit den Menschen, mit sehr, sehr vielen unterschiedlichen Persönlichkeiten, dass jeder Tag einfach eine neue Herausforderung ist. Lustig und interessant ist es, sich mit den Spendern zu unterhalten, weil da erfährt man immer Interessantes und das Neueste. Man beginnt zuerst im Spendercafé, kümmert sich um die Betreuung nach der Spende, serviert Ihnen das Essen, hier Depriziner und Frankfurter oder auch Mannerschnitten. Bei dem Job muss man auch mit anpacken können, denn bei den Ausfahrten bauen wir das Equipment auf. Da ist schon ordentlich Hands-on-Mentalität gepragt. Ich arbeite sehr viel am Wochenende, weil einfach am Wochenende auch am meisten Ausfahrten sind. Der Teilzeitjob ist für mich insofern interessant, weil ich noch sehr, sehr viel Zeit für meine Freizeit habe, für meine Hobbys. Mir macht die Arbeit im Team insofern Spaß, weil ich auch speziell ein Teammensch bin. Also für mich zählt sehr viel, das Team ist einfach so stark wie der Schwächste im Team. Um den Job machen zu können, sollte man sehr genau sein, man sollte flexibel sein, man sollte gerne in der Früh aufstehen, teilweise auch natürlich bereit für Überstunden sein, spontan sein, ein spezielles Hygieneverständnis haben, ein besonderes Hygieneverständnis. Wenn du auch hier arbeiten möchtest, dann schau einfach auf unserer Homepage vorbei. Bye. Untertitelung des ZDF, 2020